Tja, und dann fragt ihr euch, wofür ist diese akrobatische Meisterleistung denn gut? Na ja, wie soll ich sagen, dann müsst ihr halt einfach weiter googeln, weil manchmal rendiert sich das richtig, um in die Scheiße zu treten. So ist es. Jo, wenn der durchgelaufen wäre, dat wär net so gut, nee. Jo, wenn der durchgelaufen wäre, dann wäre es das, was wir noch nicht, um zu treten. So ist es. So ist es, was wir noch nicht sagen, dann müsst ihr euch hier eigentlich auch mal wieder aufhören. So ist es. So ist es. So ist es. Untertitelung des ZDF, 2020